Ich muss nicht ständig vor Ort sein, um mich um alles zu kümmern. Mit Exivo kann ich auch ganz einfach aus der Ferne Zutrittsberechtigungen erteilen. DeVlier Retail Development ist ein familiengeführtes Bauunternehmen aus Belgien. Wir entwickeln Einkaufszentren auf der grünen Wiese in Belgien, Frankreich und Österreich. Dabei haben wir es natürlich hauptsächlich mit traditionellen Schließsystemen zu tun. Ganz einfach gesagt, basierend auf Öffnungszeiten. Durch den Wechsel zu Exivo haben wir es aber trotzdem geschafft, unsere Zentren noch besser abzusichern. Mein Name ist Stéphane Calissis und ich kümmere mich um die Gebäudeverwaltung nach der Inbetriebnahme unserer Zentren. Vor Exivo haben wir in unseren Gewerbezentren ausschließlich traditionelle Schließsysteme verbaut. Dabei war es zunehmend schwierig, den Überblick darüber zu behalten, wie viele Schlüssel im Umlauf waren und wer wo wann Zutritt hatte. Jetzt mit Exivo können wir Mitarbeitenden oder anderen, die nur vorübergehend Zugang zu unseren Gebäuden benötigen, ganz einfach aus der Ferne Zutritt gewähren. Dafür muss jetzt keiner von uns mehr vor Ort sein. Außerdem war es für uns sehr hilfreich, dass das System komplett ohne großartige technische Einrichtung auskommt. Die Bedienung ist wirklich einfach und wir können mit einem einzigen System den Zugang zu allen unseren Gebäuden verwalten. Ich finde vor allem die Dashboard-Funktion toll. Sie bietet mir einen vollständigen Überblick über all unsere Zentren, über jede einzelne Tür, zu jeder Zeit. Berlin Wir Jackson Russell Daniel Ross Krass Der